Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks! Ja, war das nicht ein geiles Intro? Ja, wie ihr ja sehen konntet, war ich auch auf der Weekend of Hell doch ziemlich kurz entschlossen, weil ich ein paar Tage vorher tatsächlich ein Fotoshoot und Autogramm-Ticket mit Sarah Butler gewonnen habe. Ja, wie ihr ja hier selber schon sehen könnt, natürlich nicht das Erste, was ich von ihr habe. Ja, ich habe sie schon mal treffen dürfen. Und ja, ich war erst hin und her gerissen, weil also ich mache generell fast an allen Gewinnspielen mit. Und ja, dass es dann tatsächlich Sarah Butler geworden ist, da hätte ich mir selber nicht zu träumen gewagt quasi. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, der DVD-Verkauf, der lief so gut. Ja, nochmal vielen Dank an alle, dass ihr mich da unterstützt habt und dass auch keiner irgendwie, ja, es hat gar keiner gehandelt. Ja, also jeder hat die Preise so angenommen, wie ich sie quasi vorgeschlagen oder vorgegeben habe. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Das lief alles problemlos ab. Und nochmal an dieser Stelle vielen Dank an alle. Und ja, wie gesagt, und dann habe ich mich dann doch dazu entschlossen hinzugehen. Und ja, eigentlich wollte ich es dabei belassen, aber dann habe ich halt doch noch ein paar Sachen gefunden, ja, wie es nun mal so ist. Und ja, das möchte ich euch jetzt gerne in Ruhe präsentieren. So, dann fangen wir doch einfach mal an. Ja, ich habe, hatte mir eigentlich was für Oberhausen vorbestellt, ja, bei dem Chef von 8 Films, ja, der Steve. Und der hatte nämlich angekündigt, dass er die Darkman Trilogie im Mediabook rausbringt. Und ja, da sind meine Augen, die waren richtig am funkeln, ja. Und ja, ich habe halt, mir gefällt halt der erste Teil total gut. Und ja, da ich eine Trilogie im Mediabook für sinnig halte, habe ich dann natürlich ihn angeschrieben und hat er gesagt, ja, ja, klar, ich merke dich quasi vor, kommst du einfach zum Stand und dann übergebe ich dir das. Und naja, er war halt auch auf dem Weekend of Hell anwesend und da habe ich gesehen, dass er schon da ein paar Mediabooks rumliegen hat von dem Film. Und da habe ich gefragt, ob er zufällig meine Bestellungen dabei hat. Dann hat er in ein paar Kartons gewühlt und nochmal nach meinem Namen gefragt und ja, konnte ich mitnehmen. Supergeil. Ja, also, wie gesagt, die Darkman Trilogie hier im Mediabook, ein ausführliches Unboxing folgt auf jeden Fall. Und ja, alle drei Teile, deswegen ist es halt auch schon ausgepackt, ich habe das Unboxing schon abgedreht, alle drei Teile auf Blu-Ray und der Pilotfilm zur geplanten Darkman Serie ist hier auch noch mit drauf und es sind die Scheiben von Koch Media, ja. Also ein Repack. Nicht schlimm, wie ich finde. Diese Edition ist hier limitiert auf 122 Stück. Ich habe hier die Nummer 130. Freue ich mich sehr drauf, ja. Preis von 35 Euro ist auch vollkommen okay. Wie gesagt, so gesehen sind es ja auch drei verschiedene Filme und ja, es gibt andere Mediabooks, wo nur ein Film drin ist und kostet doppelt so viel. Muss ich nicht haben. So. Anderes Thema. Genau. Dann war noch da Alpha Movies natürlich wieder, ja, die sich komplett über eine Ecke erstreckt haben, ja. Und ja, da hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr mitnehmen können, aber ja, das Duty Yield, ja. Wo ist es hin? So schwer kann ich gar nicht arbeiten, wie viel Geld ich brauche. Auf jeden Fall hatten sie endlich mal, beziehungsweise habe ich allgemein endlich mal diese Edition gefunden, das Double Feature von Wexwork, ja. Ich hatte damals nur die DVDs von Dragon oder Raptor, ja. Die hatten ja teilweise echt ein schreckliches Bild. Und ja, hiervon gibt es halt auch ein Mediabook im Double Feature. Aber, ne, mir reicht das so. Also ich finde es gut, dass sie das halt auch nochmal in einer normalen M-Array rausbringen, hiervon Nameless. Und ja, wie gesagt, Wexworks Reise zurück in die Zukunft und Wexwork 2 Lost in Time. Ich glaube, den zweiten habe ich nicht mehr als so gut in Erinnerung, meine ich. Aber vielleicht ist ja die Meinung heutzutage irgendwie anders, wenn man sich den nochmal anguckt. Ja, wie gesagt, beide Teile hier in der M-Array. Freue ich mich. Das hat, glaube ich, 9 Euro gekostet. Super Preis. Soweit ich weiß, kostet das eigentlich so um die 17,99 oder so. Naja, egal. Dann an einem anderen Stand habe ich mir ebenfalls eine M-Array geholt. Und zwar von Splendid Films, die Nummer 5 aus der Black Edition. Und da hat mich auch der Preis ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Und zwar rede ich hier von I Saw The Devil. Ja, Rache ist ein tiefer Abgrund. Ähm, wie heißt der denn nochmal? Ähm, ah, Choi Ming-Sik. Ja, Choi Ming-Sik heißt hier der Hauptdarsteller, ja. Und Regisseur war hier Kim Ji Won, ja. Unter anderem hat da Bittersweet Life gedreht, wie ich gerade hier lese. Ähm, ne, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe hier die M-Array auch immer nur für 18 Euro aufwärts gesehen, ja. Und jetzt hier, wie ihr es hier selber sehen könnt, für 11. Und, ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall zugeschlagen. Ähm, ich weiß, hiervon kommt auch wieder von, ich glaube auch von Nameless, ähm, ein Mediabook. Aber brauche ich halt auch nicht. Mir reicht es wirklich so. Ähm, ja, ich hate gerade anscheinend ein bisschen gegen Mediabooks, obwohl ich mir ja selber eins geholt habe. Aber, ähm, ist, einige Filme brauche ich wirklich nicht in, in einer, in einer besseren Verpackung oder so. Ähm, wie gesagt, hier für 11 Euro, äh, richtig geil. Und, ähm, ja, geht hier wahnsinnige 142 Minuten, hat auf jeden Fall eine düstere Atmosphäre und einen richtigen WTF-Moment am Ende. Und, ähm, ähm, ja, bin ich mal gespannt, den nochmal zu sehen. Ich habe den damals bei Veröffentlichung gesehen. 2011, so lange ist das schon her, ja. Und, ähm, ich kann mich nur noch an eine Szene erinnern, wo er, glaube ich, irgendwie, äh, in so einem Bus einsteigt oder so. Also, der wird irgendwie quasi mitgenommen per Anhalter und dann haut der mit einem Hammer den, den Fahrer richtig zu Matsche irgendwie. Also, das ist eine Szene, die ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und, ähm, ja, wie gesagt, da freue ich mich auf jeden Fall. So, und am selben Stand habe ich mir ebenfalls eine Blu-Ray, M-Array und, äh, und sogar im Schuber besorgen können, ja. Ähm, und zwar hier Human Centipede 2, diesmal in der, äh, wie nennt sich das? Äh, Full Sequence in Full Color, ja, damit man endlich mal die, ähm, ja, äh, Exkremente unterscheiden kann, quasi, die Körperflüssigkeiten. Also, wie gesagt, der ist hier nicht in, äh, schwarz-weiß-braun, sondern in Farbe. Ähm, ja, die anderen beiden Teile habe ich halt auch in der Blu-Ray, äh, im Schuber und dann reiht der sich hier natürlich richtig schön ein. Und, ähm, ja, ist, ähm, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme, ja. Der ist richtig, äh, kontrovers und provoziert bis zum geht nicht mehr. Und, ähm, da bin ich echt mal gespannt, wie der hier in Farbe wirkt. Und ich meine, ich hab mir nicht umsonst hier die Scheiße tätowieren lassen, ja. Ähm, ich mag einfach The Human Centipede, das, ähm, ja, diese, diese Idee dahinter finde ich einfach mega krank, ja. Und, ähm, ja, gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, ja, von daher, äh, 16 Euro fand ich auch in Ordnung. Und als ich diesen, ähm, Film vom Stapel hochgehoben hab, darunter stand schon wieder 18 Euro, ja. Anscheinend werden die immer teurer, wenn da nur noch wenige rumliegen oder was. Keine Ahnung. Hüpp! Entschuldigung. Und, ähm, ja. Ja. Also, ich hoffe, dass das ein richtiges Farberlebnis ist. Also, ich hab ja so die Hoffnung, dass der in Farbe gedreht worden ist und der wurde einfach nur in Schwarz-Weiß quasi, ja, da wurde ein Knöpfchen umgedrückt und dann ist er Schwarz-Weiß. Also, nicht so, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie nachkoloriert oder so. Vielleicht könnt ihr mir da, ähm, ja, was zu sagen und die den vielleicht schon gesehen haben oder so. Ähm, ja. Genau. Hier, hier ist es auch sehr schön beschrieben. Die unfassbare Schocker-Fortsetzung liegt hiermit in ihrem neuen, in ihrer neuen Farbfassung vor. Ein abgründiges Spektakel in Rot und Braun für den besonderen hartgesottenen Zuschauer. Ja, wie gesagt, äh, auf jeden Fall provokant, kontrovers und ich mag den. So, dann kommen wir zum letzten Film, den ich mir gekauft habe. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Den habe ich schon in meiner Sammlung und den werde ich auch zulassen, genau wie die andere Version von diesem Film, ja. Und zwar habe ich mir eine, äh, große Hardbox von meinem Lieblingsfilm gekauft, ja. Der lag da rum für 10€ und, ähm, ich weiß jetzt nur leider nicht, ich denke mal, das wird Cover B sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die große Hardbox von Turbo Kit, ja. Wie gesagt, für 10€ lag der da rum. War noch ein alter Preis von 15€. Hätte ich eventuell auch noch gezahlt. Ähm, ja, jetzt brauche ich hiervon nur noch Cover A und dann habe ich alle großen Hardboxen davon. Und wie gesagt, die, ähm, lasse ich auf jeden Fall zu. Zur Schaustellung werde ich mir noch was einfallen lassen, dass das richtig gut rüberkommt. Ähm, ja, ist hier eine, ähm, wie gesagt, eine Blu-Ray, ähm, große Hardbox von 84. Ist auch limitiert auf 84 Stück, ja. Ähm, und ich habe hier die Nummer 58. Äh, leider. Ich weiß nicht, ob hier eine Disc oder so lose drin ist. Ehrlich gesagt ist mir das auch scheißegal. Ich lasse es auf jeden Fall zu. Und, ähm, ja, wie gesagt, also für 10€ kann man das auf jeden Fall machen, denke ich mal. Das fällt jetzt nicht so ins Gewicht. Für mich auf jeden Fall. Ähm, ich finde so, jeder hat sein, ja, wie sagt man, jeder hat so sein Steckenpferd irgendwie. Ähm, ihr wisst ganz genau, dass ich meine Sachen auf jeden Fall immer auspacke. Ähm, den habe ich ja auch schon im Media Book. Den habe ich mir ja damals direkt bei VÖ geholt. Auch, ähm, auf einer Horror Convention. Und, ähm, ja, ich, ich liebe diesen Film, ja. Ich liebe diesen, äh, Retro Charme, der hier drin ist. Und, ja, ich schwärme ja immer davon, ja. Von daher, ähm, ähm, mega geil, ja. Allein, ich, allein diese, diese fette, fette Metallschrift, ja. Ich liebe das einfach. Und, ähm, ja, wie gesagt, mein Lieblingsfilm, noch mal in der großen Haftbox. So, und wie gesagt, dann habe ich ja, ähm, ein Autogramm-Ticket gewonnen, ja. Ich packe das jetzt für euch mal hier aus der Folie. Und, ähm, ja, ich habe ja natürlich auch ein paar YouTuber getroffen. Es, es ist jetzt etwas, naja, weil ich es jetzt in der Hand hatte, etwas Fingerabdruck-lastig. Und, ähm, da hatte ich auch kurz mit dem, ähm, vorhieß 82 mit dem Stefan kurz getroffen. Ähm, kurz getroffen. Also, ich, natürlich habe ich ihn getroffen und kurz gesprochen. Das wollte ich sagen. Und, ähm, ja, da kam ich halt gerade von Sarah Butler wieder. Und, ähm, da meinte er so, ja, zeig mal, was du da unterschrieben hast. Und er hat erst mal diesen hier gemacht und meinte, warum hast du das getan, ja. Ähm, und zwar habe ich mir die, ähm, ja, quasi das gekürzte Metal-Pack habe ich mir unterschreiben lassen, ja. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich auch fragen, warum das? Ähm, ja, die Mediabooks besitze ich nicht von dem Film. Und, ähm, ich habe alle drei Teile, äh, umgekürzt im weißen, in diesem Schuber, in dem weißen Schuber. Und, ähm, ja, hier ging es mir wirklich nur diesmal um die Verpackung, ja. Das weiße wollte ich mir nicht irgendwie unterschreiben lassen, ähm, ja, weil es halt irgendwie Standard ist, sag ich mal. Und, ähm, ja, das hier habe ich damals, glaube ich, für 14,99 oder so bei uns im Mediamarkt rumliegen sehen. Ähm, von daher habe ich es halt einfach mitgenommen, ja. Und das ist echt eine, ja, ist ein genauso geiles Cover, ja. Halt alles komplett in schwarz, mega hochglänzend, mega Fingerabdrucklastig. Aber trotzdem hat sie hier wunderbar unterschrieben und, ähm, ja, from Sarah with love, ja. Ähm, richtig geil. Ähm, wir haben uns auch ein bisschen am, äh, am Stand unterhalten, ja. Ich mit meinem, ähm, perfekten, äh, ausreichend Englisch, ja. Mit meinem Schulenglisch. Aber trotzdem, sie war wieder, ähm, mega, mega nett. Und, ja, ich bin froh, hier jetzt mal ein, ja, einen, einen Film von ihr unterschrieben zu haben. Ja, ich habe ja sonst, wie gesagt, nur, ähm, zwei Bilder von ihr. Und, ähm, ja, jetzt habe ich das hier. Freue ich mich auf jeden Fall. Und, ja, das wird auch auf jeden Fall ausreichend, äh, präsentiert werden. Und, ja, jetzt kommen wir natürlich zu meinem, äh, Highlight, ja, das Foto, äh, von und, ne, von nicht. Ja doch, von Sarah Butler. Von und mit. Und, ähm, ja, leider hatte sie da ein, äh, ja, ein komisches blaues, äh, Puschelding an. Ich meine, sie ist ja nur ein bisschen dürr und, äh, anscheinend war ihr mega kalt und, ähm, ja, ich hätte mir gerne, ähm, ein etwas anderes, äh, Outfit gewünscht. Aber, wie gesagt, absolut nicht schlimm. Und, ähm, ja, so sieht die Ausbeute aus. Kann man das spiegelt ein bisschen? Ach, ich kann ja ruhig gespiegelt werden, das ist ja egal. Geht ja hauptsächlich um, um sie. Und, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, ja, fasst sich unheimlich gut an, ja. Ähm, also wirklich, ich war, ich war mega aufgeregt, als ich bei ihr auf dem, ähm, Autogrammstand war. Aber sie ist einfach mega nett, ja, die, also, äh, auch wenn's mal angenommen ist, wer vorgeheuchelt, auf jeden Fall hat sie auch Interesse bekundet irgendwie, ja, aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Sie hat sich halt nicht, ähm, ähm, ja, sie hat sich halt nicht irgendwie so als Abschaum stehen lassen. Wisst ihr so, wie ich das meine? Also, weiß ich, sie ist irgendwie, ich hab das ja auch bei den anderen gesehen, ich stand ja da an der Schlange, ähm, sie war immer freundlich, immer am Lächeln. Ähm, ja, und hat halt auch nachgefragt, so, dass, das find ich so als Mensch-Sache irgendwie schön, so, weißt du, da ist halt jemand so, ähm, ja, eine Schauspielerin aus, äh, aus Amerika und hat schon ein paar Filme gemacht irgendwie und so, ja, will wissen, was du so machst, ja. Auch wenn sie, wenn sie dich vielleicht, äh, nach ein paar Tagen oder natürlich vergisst, ja, trotzdem, sie, ja, zeigt irgendwo Interesse und das find ich halt irgendwie total geil, ja. Und, ähm, ja, nochmal an dieser Stelle, falls das irgendjemand sehen sollte von der Weekend of Hell Crew, ähm, vielen, vielen Dank, dass ich das, ähm, ja, dass der Zufallsgenerator mich da herausgepickt hat, ja, ähm, hat mich auf jeden Fall mega gefreut, ähm, leider ist bis dato noch kein, äh, Foto veröffentlicht worden, ja, ähm, als ich das, ähm, abgeholt habe am Infostand, ähm, haben sie gefragt, ob sie mich fotografieren dürfen, das wollten sie bei Facebook irgendwie veröffentlichen oder ich hab's noch nicht mitbekommen, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, ja, wurde ich noch nicht benachrichtigt, sag ich mal, ähm, ja, das war meine kleine, aber feine Ausbeute und, ähm, ich hab ja eben schon von Vorhees 82 gesprochen und natürlich waren dort auch andere Filmjunkies da, ähm, dort hab ich auch zum allerersten Mal den, ähm, Olli Ankert getroffen, ja, mit, äh, samt seiner Frau, äh, beide sehr, sehr nette Leute auf jeden Fall, ähm, ja, war ein kurzes Vergnügen, weil ich eigentlich schon auf dem Sprung nach Hause war und, ähm, ja, auf dem Nachhauseweg, ähm, standen dann halt noch ein paar Leute von den Filmjunkies draußen und meinte, ja, äh, komm, bleib mal hier, wir machen noch ein gemeinsames Foto und, ähm, ja, dann hat sich das alles irgendwie noch so ein bisschen verzögert. Dann habe ich zum ersten Mal live, äh, getroffen, den guten Timo, ja, den Hessen-Sammler, ich grüße dich hiermit an dieser Stelle, ähm, der war mit seiner Schwester da, die Tanja, hieß sie Tanja, ich glaube, ja, auch sehr, sehr nett, äh, alle beide auf jeden Fall und, äh, freue mich, wenn wir uns da nochmal treffen könnten, ja, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner und, ähm, ja, schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei, er, ähm, stellt auch, äh, coole Sachen vor, ja, macht auch, ähm, Unboxings weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall macht er Filmupdates und, ähm, ja, stellt halt auch ein paar nicht so mainstreamige Sachen vor und, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich da jetzt noch alles getroffen habe, ähm, zeige ich euch jetzt, äh, anhand von, ähm, Bildern und, ähm, ich hab jetzt auch keine, kein großartiges Video gedreht, ich, ähm, hatte angefangen in dieser, äh, Autogrammecke, wo alle, äh, Stars saßen, ähm, da mal rumzufilmen, aber, ähm, ach, da musste ich das Handy wieder hochhalten und, um über diese Menschenmasse zu filmen, äh, dann sind hier so viele Leute vor die Linse gelaufen, ähm, das war irgendwie ein bisschen unbrauchbar und, ähm, ja, von daher werde ich euch nur ein paar Fotos jetzt am Ende des Videos zeigen und, ähm, ja, äh, genau, was ich jetzt abschließend noch sagen wollte, ähm, an diesem Tag war auch, ähm, war ich auf jeden Fall die offizielle Hure von Sascha Kubretti, ja, ähm, der Julian von Juliens Filmemersion war sogar einmal live dabei, ja, ähm, ich weiß nicht, mich haben, glaube ich, vier oder fünf Leute angesprochen, die ich vorher noch nicht gesehen habe und, ähm, und allgemein, also diese vier bis fünf Begegnungen, die liefen alle gleich ab, ja, ey, du bist doch Olli vom YouTube oder du bist doch der Moviepicker von YouTube, ja, bin ich, wo ist ein Sascha Kubretti? Heute nicht da, okay, tschüss, äh, ja, fand ich auch sehr geil, ähm, ich grüße euch hiermit, falls ihr das seht, ja, fand ich, äh, mega lustig, so, das nur mal, äh, abschließend gesagt, ja, so, ähm, wie gesagt, das soll es gewesen sein, wenn ihr Bock habt, guckt euch noch die paar Bildchen an, die ich gemacht habe und, ähm, ich grüße damit alle Filmjunkies nochmal und, ähm, hat auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja, äh, das soll es gewesen sein von meiner Seite aus, ähm, wie gesagt, gerne könnt ihr nochmal zu den, ähm, Filmen, die ich geholt habe, gerne ein paar Kommentare ablassen, ja, und, ähm, ansonsten, wie gesagt, höre ich jetzt endlich mal auf zu babbeln und, ähm, ja, wie gesagt, äh, bis zum nächsten Mal, euer Movie Picker, danke fürs Einschalten, äh, tschüss, ciao, äh, Puff, Peng, aus, tschüss. Musik 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 R.S.B. R.S.B.